Hallo ihr lieben Happiness House Mitglieder, wir freuen uns so, so sehr, dass ihr in unserem Leben seid. Und ich wage einfach zu behaupten, ohne euch gäbe es uns nicht, denn, das ist die Wahrheit, ihr seid unsere wahre Berufung, ihr seid der Sinn unseres Lebens. Und wir danken euch so, so sehr für euren Zusammenhalt, eure Liebe, die Gemeinschaft, die gegenseitige Unterstützung und die ständige Präsenz, die ihr uns entgegenbringt, die Liebe. Was soll ich da noch sagen? Außer vielen Dank für euer So-Sein, für eure Loyalität und auch für viele, viele Posts, und dass ihr euch so mitteilt und auch euer Männlichen aufmacht und wir uns alle zeigen, auch in unseren Schwächen, auch in unseren Schattenseiten, aber auch in dem Wunsch nach Transformation. Vielen Dank für euer Vertrauen uns beiden gegenüber. Und ja, möge das nächste Jahr und das übernächste Jahr und das überübernächste Jahr noch erfolgreicher werden, gemeinsam in unserer wunderbaren Wunschfamilie. Genau, also wir haben euch ganz so lieb. Bis bald. Tschüss.